Wir sind eure Ablösung! Ihr könnt gehen! Wir stehen! So, jetzt schicken wir euch immer hierher, da was zu melden hat von den Kopf! Einmal den Weg freimachen! So, jetzt haben wir raus! Jetzt kommen wir! Wir kommen jetzt! Ja komm, einsteigen! Ich fahr! Ja! Ohne Candy und Tanja! Ja! Ja! 5, 6! Hey, Diego Rick geht auch in ein Auto und fahrt uns daher! Wurde bei den Bullen hochgenommen! Hier ist ein Klima! Musst du da, oder guckst du noch zu oder hast du da ne Rolle? Wer, wo, was! Ja, scheiße! Ja, dann musst du halt warten! Ne, klar! Boah! Stark! Schau, Digger, starker Platz! Hey, Hecke! Hey, du ist Hector! Mensch, Mords, Hector! Der ist der coolste von euch! Halb von außen! Hector! Wir fallen jetzt los! Wir müssen uns maskieren! Hier ist kein Platz, Bruder! Oder doch! Der gibt alles hier, Digger! Platz! Schau! Wir! Maskiert nicht, ne? Warte, erst mal muss ich mir sehen! Formel 1, ihr Fotzen! Die sind alle maskiert! Digger, wie viel Autos sind wir? Digger, wie viel Autos sind wir? Ähm, 8 oder so hab ich glaub ich gezählt! Hast du nen Knast gefunden? Nein, hört mal auf, Digger! Gleich stimmt wieder nen Bulle, Digger! Okay! Perfekt! Bis gleich! Digger, 9000 Dollar in den Knast! Wird schon keiner sterben! Hoffe ich für euch! Hoffe ich für nicht! Ich geh nicht nochmal in den Knast, Digger! Warum warst du überhaupt im Knast, Bruder? Ja! Wahrscheinlich, weil, während ich bei Nuz war, ihr irgendeinen Typen entführt habt und ich dafür, denkst, eine Strafe bekommen hab! Pff! Boah, das wird geil, das wird geil! Das sind ein paar Korps, Digger! Aber guck mal, woher wir sind jetzt, Bruder! Wir sind eure Ablösung! Ihr konnt gehen! Die Penner! Boah, mach dir ja hier die Korps an! Boah, wir machen direkt Funkspruch! Hast du gesehen? Boah, Digger! Das machen wir jetzt! Boah, der eine geht schon in den Depp, oder? Der will... Ey, wir sind safe ballern, Digger! Ich hab keine Knarre dabei! Boah, die haben alle schon rausgeholt! Hast du gesehen? Der eine hat schon raus! Ey, hat jemand ne Knarre? Ich will ne Knarre! Ey, ich hab keine Knarre, Digger! Hat jemand ne Knarre? Nein, keiner! Ja, wir betreten einfach mal unser Grundstück! Richtig! Ich will dich aus! Eck von der Straßenspähre! Eck von der Straßenspähre! Ich hab nicht meine Knarre! Sonst war's, du kleine Muschi! Traum und Kinder zu ernst! Ja, Digger, das wird safe, wer ist bei dir? Ey, Fick dir! Ey, ich hab Otega für gewonnen! Epischster Moment, glaube ich, auf dem ganzen Server, Digger! Das ist ja zu krank! Guck mal, wie die alle stehen! So, jetzt schicken wir mal jemanden hierher, da was zu melden hat! Vor die Kopf! Du bist immer der Biss! Der is out! Was gerabt! Was gerabt! Ich schick mir auf jeden Fall selbst den Hübschen hier, Digger! Weil wir jetzt aufm Dach landen, Digger! Ich mag dein Hemd! Ich danke dir! Ich bin in der U-Wohn und ich bin auch dabei! Ja, jo! Bruder, setz Maske auf! Dann hab ich aber nicht gewusst, nicht! Jo, was geht? Was geht? Oh doch! Ohlö! Was geht? Oh, nicht viel wohl! Es wird immer noch 1 zu 3! Ready! Ja gut, da muss gleich! Ja gut, da muss gleich! Es geht nicht! Die denke gut! Euer Spotter ist da! Habt ihr ein? Na, die rücken ab, Digger! Wie lassen sie uns alle rausfliegen? Die rücken safe ab! Die rücken safe ab! Erhöhte Position, dass falls hier losgeht, die uns einfach wegpranzen können! Was ist denn los mit euch? Natürlich kämpfen die nicht auf 10 Meter mit uns! Die sind besser bewaffnet und die haben den Vorteil! Am besten ist, wenn man sich mal so ein bisschen verteilt hinstellt, so in die Ecken und so, weißt du? Nicht so auf einen Knubbel! Was ist denn nach oben? Am besten ist, wenn die mehr zahlt, dann rückwitzt der Mj! Geht, Mj! Was ist das, wenn der Gruppsteil hinten in die Drive bei Kopf steht? Weil dann kann die von oben nicht fließen, weil ihr Kopf stehen! Äh, die werden nicht schießen, Digger! Ich meine nur, ne? Wenn es dann geht! Ja, aber ich glaube... Die hatten schon mal so eingeschickt, dich! Danach hat es funktioniert und wir hoffen, dass es jetzt auch wieder funktioniert! Weißt du, was ich meine? Ja! Gut! Also steigen wir jetzt in unsere Autos, machen den Weg frei! Ihr steckt in eure Autos und zieht ab! Machen wir es so, ja! Korrekt! Kein Problem! War doch ein ganz chilliges Gespräch! Einmal den Weg frei machen! Das ist ein großes Aufgebot! Das könnt ihr mir glauben! Ich wollte jetzt nicht das Wort wegnehmen, aber ich wusste schon genau, was ich sagen will! Haben wir den Weg frei machen! Alle Fahrer mal nach vorne! Na gut! Die Top-Szenen ab! So, 56 sagt, alle Officer steigen in ihre Fahrzeuge an und fahren dann hier weg wieder zum FD mit dem höchsten Was den Gemüller Oh, da ziehen sie alle ab! Ist das ein schöner Abend? oder? Das ist ein schöner Abend? Das ist ein schöner Abend? konnten wir kommen die kommen wieder ich lasse die sich nicht gefallen, das Prozent das glaube ich nicht übernimmt Tomasau es ja er hat er ich denke du willst kein Auto fahren denn ausgestiegen und schulstark aus die höchst ich steig doch mal gut der Wien des Wortes heute hat gerade ausgehört oh Gott der hier habe ich dachte ich weiß auch vorher habt ihr Wasser? ich wollte links Luna umbringen ich glaube das war dann mal eine klare Ansage ja ziemlich klar kommt das war dann das war dann wo gut oder